Hallo, willkommen zurück zu Minecraft. Danke. Ich habe wieder nur Schrott gekriegt. Erzhafen, was ist denn da schon wieder? Komm Schmied mal schneller. Was? Der Schmied soll mal schneller schmieden. Was machen wir denn? Machen wir eine Tagesprüfung? Ja. Nee, auch nicht. Dann halt, ne? Ich habe für alles gar nicht die Kraft. Nee, nee. Dann machen wir das. Alles klar. Ja, und dann? Tja, das frage ich mich auch jedes Mal. Und dann? Fahren wir dann endlich zur Hölle? Boah, ein Hammer! Großhammer! Ich habe einen Großhammer aufgehoben. Juhu! Und was kann er? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Was lebt, Mann. Du hast eigentlich meinen Apfel aufgehoben, den ich essen wollte jetzt. Ich spam die X-Taste eigentlich nur. Es ist so wie ich. Da, Schweinefleisch. Oder bist du Moslem? Ja, natürlich. Ich finde Schweinefleisch ekelhaft. Ich bin eher der Rinsmann. Der Rinsmann? Eher die Rinsfrau. Rinsmann? Ach, Quatsch. Rinsmann, als wenn du dich das anhörst. Was ist das hier? Ist das die Hölle? Ähm. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Geil. Was machst denn du hier? Ich komme nicht hier raus. Doch, mit Teleportation wahrscheinlich. Du bist unter der Karte. Fassen wir mal auf, ob das funktioniert. Ich hoffe... Ja, schade. Ich hätte gedacht, du fliegst in die Lava. Wie geil. Ich hab jetzt gefeiert. Spontas... Spontas spielen mich einfach in die... In die Hölle. In die Zwischenwelt. Wauw! Die gehen mir alle auf den Sack. Die ist weg von mir. Der lebt ja immer noch. Stirb, Kartoffel. Die sind weg von mir. Die sind weg von mir. Die sind weg. Die sind weg von mir. Alle auf den Schiffen. Die sind weg von mir. Die sind weg von mir. Wauw! Wer ist es so eine Zeit? Ich hab gesagt. Chef, kann ich zur Arbeit? Habt Schinder oder solche? Ja. Gibt es hier keine Blocktaste? Meine Fresse. Ja, nehmt meine Gubbi-Pfeile, ihr Affen. Oh, Kurva. Ich lege an die Lava. Du brennst. Ist das hier eigentlich meine Aufgabe? Ich lege an die Lava. Ich lege an die Lava. Ich lege an die Lava, ich lege an die Lava. Ich lege an die Lava. Du musst dir immer die aggressivsten Dungeons aussuchen, ne? Wir kennen ja auch schon die Level spielen, die wir schon gespielt haben. Ne. also sehr langweilig ach du heilige mutter jottes hau ab von mir ja ich hab dir nichts getan mann hau ab alter weg das war akro oder experimente unter kontrolle das ist ein experiment jetzt muss ich wieder warten sie mich heilen kann kommt mit ledermaus her das ist deine die ganze zeit schon fläder maus ja ist eine befreudete ledermaus helfen tut dir aber ein scheiß ja schweinchen was soll was soll das denn magic ja du hast mich verletzter bein vogel und hammer guck mal hier ist ein dungeon willst du dahin ja ich komme schauen ach du heilige mutter gottes it's magic was das dank doch warte mal weg damit weg damit ich müsste mir mal kaffee machen es ist schon kalt nur die harten kommen dann im garten und ich hab auch keinen mehr ah hadouken ich lauf weg auch noch fünf war machines ach noch fünf war machines Das ist ein Schandler, das ist ein Schandler, das ist ein Schandler. natürlich gehen die gegner nicht kaputt ich habe es mir vorhin auch schon gedacht ja klar mich hat weg gefetzt warum mich also auch weggebummt musste mich deswegen gerade schon heilen wo bist denn du ich bin da hingegangen wo ich hin muss jetzt kopfstudio eigentlich gibt es teleportationen sonst hätte warten müssen hier ist bei mir hier ist bei mir ein dingstyp schon wieder rum bei mir klasse er ist aber schnell tot diesmal tötet das schwein das ist mein schwein in ruhe oh 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Entkomme aus der Schmiede. Sind wir schon fertig? Anscheinend. Ja, geil. Ich komme da zu dir rein. Teleportation. Ah, ich will aber nicht. Dann darfst du hier gleich den Gollum alleine machen. Alter, haut ab. Was sind das für Würfel? Die sollen weg von mir. Alter. Ich bin trauen. Ich bin tot. Es ist ja dunkel. Was ist denn das für ein Hack, Alter? Junge, wie sollst du das hier machen, ey? Ich mache es. Alter, ey. Vor allem, warum war mein Charakter auf einmal so langsam? Der war auch immer, konnte sich nicht mehr bewegen. Was ist das? Ein Hoch auf diese 900 Pfeile, die ich habe. Nein, ich habe jetzt gerade nur noch die R2-Taste gespänt. Ei, 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 ei. Gott, wo ist dieser Hurensohn mit seinem Scheißstein hier? Verpiss dich! Ich mache mich das aggressiv schon wieder heute hier. Zombies niedermetzeln. Ah, Mom, ey. Aber wir müssen hier rum. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Schön. Hinter dir. Deine Mama, Junge. Mein Gott, was interessiert mich das? Ey. Boah, ich bin überhaupt nicht wach. Seelenheiler. Ja, bin ich auch gerade am überlegen, aber ne. Ist schon cool. Joa, aber meine Feuerpfeile sind aber auch cool. Und genauso wie die coole Giftranke da. Ich habe eine Groot-Rüstung. Totem der Regeneration. Ja, ich nehme das Totem der Regeneration, nehme ich lieber mit. Hast du noch was Neues für mich? Ach so, ja. Ich kann hier, ja. Was gibt's bei Serien? Es ist Gold! Ist es. Juhu! Ey, wieso komme ich hier nicht auf dem Level? Junge, was ist denn das hier? Monddolche. 18 Na, Doppelwaffe, seelenverstärkte, kritische Treffer, plus zwei Seelen sammeln. Naja, Freunde. Folge ist vorbei, ne. Ihr seht's. Bis zum nächsten Mal. Schon wieder? Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal.